Wie war es denn? Wie war es denn? Ja, super. Ja, super. Ja, super. Die Stadt ist hoch, 17.000 Quadratmeter, 1,7 Meter. Der Anhofer 3,7 Meter. Einer hier, eines Vakuumulten, die dritter in die Vöhrer-Nordkiste. Ja, das kommt hier aber so. Wenn man nicht mit ins Flirn, der konnte ich es ja gar nicht. Was muss der Heichts von uns sein? Und mal vorne unten den Boden. Unten! Ja, feine. Ja, ja. Jetzt müssen wir ganz gut. Der geht wieder zurück. Sag mal echt, der will uns veralbern hier. Ja, verarscht dich. Verscheißer dich. Aua. 50 Leute fahren damit? 15. 15, okay. Insgesamt sind es 20 oder sowas. 15 Motorräder braucht er immer dicker. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Mhm. Jedes Jahr fängt es die Lanzen. 70 Meter baut Walter die Reiser. Ja. Versuch anbauen. Ja. 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 Es gibt wieder was. Es gibt wieder was. Es ist nicht gar nicht. Die Zähne muss geputzt werden. Und nicht nach Zahnarzt. Da sitzt er. Wie ist er? Hahaha. Sorry, ich muss mal gucken. Wo ist die Lanzen? Soll ich mal nachschauen? Ja, schauen wir nochmal. Hier ist er jetzt. Drei Stück. Ja, da sind sie. Drei Stück. Ja, ja. Der ist ja viel lang. Der ist doch ganz blau, ne? Hey, du. Wird doch rechts abgetaucht? Ja. 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 Das war's für heute. Wow, das ist gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020